Wir haben uns in den letzten Videos ja damit beschäftigt, das Lesen, wie so vieles in der Wahrnehmung Hypothesenbildung ist, dass da eine Hypothesenbildung eine große Rolle spielt und dass dann auch vor allen Dingen auch die Gestaltung des Textes selber dabei eine große Rolle spielt, ob diese Hypothesenbildung möglich ist oder ob es vielleicht sogar zu Störeinflüssen kommt, wenn irgendwas ablenkt, was nicht ablenken sollte. Wir haben uns dann intensiv damit beschäftigt, welche Schriftarten es gibt, welche Schriftartenfamilien es gibt und welche Schriftart man am Bildschirm verwenden sollte und haben uns da damit beschäftigt, was da notwendig ist, wenn zum Beispiel Unterscheidbarkeit auf Buchstabenebene gewährleistet sein muss oder was man machen muss, um eine Lesbarkeit auf verschiedenen Bildschirmtechnologien wirklich hinzukriegen. Jetzt in diesem Video soll es nun noch darum gehen, wie wir denn den Text am Bildschirm eigentlich ausrichten, also sowohl die horizontale als auch die vertikale Ausrichtung ist jetzt an dieser Stelle das, worum es gehen soll. Und beides ist besonders wichtig, denn es hat stark mit der Forderung nach Ablenkungsfreiheit zu tun. Und ablenkend wirken kann bei Text sehr schnell etwas, zum Beispiel ein Zwiebelfisch. Ein Zwiebelfisch liegt dann vor, wenn ein einzelnes Zeichen in einem Satz versehentlich in der falschen Schriftart gesetzt wurde. Und ihr seht, in dieser Zeile ist das tatsächlich der Fall, die mit dem Punkt davor, nämlich das Z bei Zeichen ist eine falsche Schriftart. Und das kann für Irritationen sorgen. Das wird meistens nicht so sein, dass man den Text nicht mehr lesen kann, aber es sorgt zumindest für so einen Huch-Effekt. Das passiert, wenn ein einzelnes Zeichen in der falschen Schriftart gesetzt ist oder auch wenn die Schriftgröße von einzelnen Zeichen nicht mit den anderen übereinstimmt. Dann hat man diesen Ablenkungseffekt, diesen, naja, Effekt, der einen sehr wundern kann. Wichtig ist aber auch, um Ablenkung zu vermeiden, dass man eine vernünftige Ausrichtung des Textes hat. Und das sehen wir hier in dem Absatz da drunter. Guck mal, die mittlere Zeile, die ist eingerückt leicht. Und das sieht sofort unordentlich aus und es sorgt auch für eine Ablenkung, also dass man irgendwie automatisch dorthin guckt, weil da eine Ausnahme an dieser Stelle passiert. Das sollte man also immer vermeiden, Text unklar ausgerichtet zu haben. Das hat gleich noch eine sehr interessante Konsequenz, wenn wir uns mal überlegen, wie wir denn den Text ausrichten sollten. Wie sieht es denn aus mit der horizontalen Ausrichtung von Text? Also vertikale Ausrichtung ist klar, dass man üblicherweise, denke ich mal, eine linke Kante nimmt, wenn wir zumindest in unserem Sprachraum sind, wenn wir im arabischen Sprachraum sind oder im hebräischen Sprachraum unterwegs sind, dann nehmen wir natürlich eine rechte Kante. Und dann sagen wir auf der rechten Seite, hier, da wird der Text angeordnet. Gut, jetzt für unseren Bereich, also linke Kante. Wie ist es mit den Zeilen? Worauf müssen wir da achten? Ja, wir müssen darauf achten, dass die Buchstaben immer auf der Grundlinie stehen. Bei normalem Text ist das eigentlich keine große Schwierigkeit, denn die Betriebssysteme selbst achten natürlich darauf, dass wir auf der Grundlinie bleiben. Ich kann es eigentlich kaum hinkriegen, dass ein Text ausreißt aus der Grundlinie. Das müsste ich schon sehr, sehr mutwillig erst herbeiführen, diesen Zustand, und das macht wahrscheinlich keiner. Aber es ist ja manchmal so, dass man mehrere Textelemente hat, und diese mehreren Textelemente, die sollten sich natürlich nicht zueinander verschieben auf der Grundlinie. Auch dann entsteht so ein Holpereffekt, der dann auch einen tatsächlich beim Lesen stolpern lässt oder schon bei der bloßen Betrachtung wundern lässt und dann die Aufmerksamkeit auf eine bestimmte Stelle leitet. Ich habe es in einem der vorherigen Videos gesagt, dass die Serifenschriften einen großen Vorteil haben, was die Unterstützung der Grundlinie angeht, und das macht sich vor allen Dingen bei längeren Texten bemerkbar. Wir können uns das hier mal klar machen. Hier steht das Wort Grundlinie zweimal, und ich decke jetzt mal den Buchstaben relativ weit ab, sodass man eigentlich nur noch quasi das sieht, was direkt an der Grundlinie sich befindet. Und jetzt guckt mal, was jetzt hier ist. Jetzt seht ihr auf der linken Seite, wo ja die serifenlose Schrift gewesen ist, näher so, so sieht ein bisschen aus wie ein Morsemuster, also nur noch einzelne kleine Punkte, während auf der rechten Seite, wo die Serifenschrift verwendet wurde, man eigentlich eine fast durchgehende Linie sieht. Das heißt, die Serifen unterstützen diese Grundlinie. Das ist ein Vorteil der Serifenschrift, was sie gerade bei längeren Texten durchaus empfehlenswert macht. Es ist allerdings natürlich, wie wir beim letzten Mal ja erfahren haben, nicht das Einzige, worauf man so achten muss, wenn man Schriften auswählt. Und im Bildschirm ist es meistens gar nicht besonders wichtig, dass man diese Grundlinienunterstützung hat. Nichtsdestotrotz muss man aber darauf achten, dass die Buchstaben, die man hat, Texte, die man hat, immer auch auf die Grundlinie ausgerichtet sind. Wie sieht es aus mit Blocksatz oder mit zentriertem Satz? Blocksatz ist etwas, was gefährlich ist. Denn Blocksatz hängt auch wieder stark davon ab, wie der Text ist, den wir in den Blocksatz setzen wollen und wie breit das dargestellt ist. Die Breite der Darstellung haben wir wahrscheinlich noch gut unter Kontrolle. Aber den Inhalt des Textes vielleicht nicht. Wir müssen also wieder mal an die Robustheit denken. Und wenn wir schmalen Text haben und haben keine Silbentrennung und machen dann auch noch einen Blocksatz, dann entsteht das Problem, was wir auf der rechten Seite sehen, dass einzelne Zeilen quasi unterbesetzt sind. Das heißt, die Abstände zwischen den Worten werden auseinandergezogen oder wie man das in der zweiten Zeile sieht, sogar die Abstände zwischen den Buchstaben werden auseinandergespreizt. Das funktioniert zwar, aber es sorgt für völlig ungewollte Aufmerksamkeitsleitung. Diese zweite Zeile, wo steht Spaltenbreiten ist, ist viel auffälliger als der ganze Rest des Textes und das ohne wirklich einen Sinn und einen Verstand an dieser Stelle. Also Blocksatz nur verwenden, wenn man eine entsprechende Breite sicherstellen kann und wenn man idealerweise auch eine Silbentrennung sicherstellen kann, was nicht so einfach ist. Denn automatische Silbentrennung kann zu blöden Effekten führen. Das habe ich hier einmal, das ist ein aus dem Spiegel, Spiegel Online, da habe ich das mal gefunden, musste sehr lachen, als ich das gesehen habe. Denn da sind gleich zwei so falsche Trennungen in zwei Zeilen hintereinander. Also die Spiegel Online Autorin, das ist schon mal eine blöde Trennung. Autorin sollte man nicht nach Auto trennen, denn das ist eine sinnentstellende Trennung. Das sollte man immer vermeiden. Und danach kommt Standupperin ist auch keine schöne Trennung. Also Standupperin könnte man vielleicht nach Stand trennen, aber nicht nach Standupper. Das ist einfach eine dumme Art der Trennung. Das passiert aber natürlich, wenn man automatisch trennen lässt. Denn da gehört dann schon einiges dazu, dass eine automatische Trennung auch solche Worte in Fremdsprachen richtig mitverarbeitet oder auch sinnentstellende Trennungen wirklich gut erkennen kann. Silbenkorrekt trennen bei deutschen Wörtern wird wahrscheinlich funktionieren, aber alles, was darüber hinausgeht, ist schwierig. Deswegen tut man eigentlich ganz gut daran, wenn man das alles nicht sicherstellen kann, um robust zu gestalten, auf Blocksatz zu verzichten. Dem Lesen tut es keinen Abbruch. Ein linksbündig zentriert, genau. Ein linksbündig angeordneter Text ist genauso gut lesbar. Und man hat immer den Vorteil, dass der Abstand zwischen Buchstaben und Worten immer gleich ist. Würde ich also empfehlen, auch wenn der Zeitgeist manchmal dagegen spricht. Ja, und das Nächste ist zentrierter Text. Auch da haben wir unten ein Beispiel. Wann sollte man Text zentrieren? Da kann man eigentlich nur sagen, nee. Man könnte vielleicht eine Ausnahme machen, wenn es um Überschriften geht, also reine Überschriften, einzeilig. Da könnte man sagen, gut, hier ist eine Zentrierung vielleicht in Ordnung. Ansonsten keine Texte zentrieren. Das Einzige, was üblicherweise zentriert wird in unserer Gesellschaft oder in unserer Textgesellschaft, sind Gedichte. Und das ist eine Konvention, dass man Gedichte so aufschreibt. Dann erkennt man sie sofort als Gedichte. Aber dem Lesen tut es auch da keinen Gefallen, dass man das so aufschreibt. Denn das Problem ist, dass ich keine Führungslinie mehr habe. Ich kann also nicht mehr einfach bestimmen, wenn ich am Ende einer Zeile angekommen bin, wo es denn in der nächsten Zeile weitergeht. Und dadurch wird das Lesen an dieser Stelle verlangsamt oder es passiert sogar, dass man in die falsche Zeile gerät und dann sich verliest. Also zentrierter Satz, ganz schlecht. Blocksatz, nur in Ausnahmefällen. Flatter Satz, so nennt man das, wenn die eine Seite aligniert ist, also ausgerichtet ist, und auf der anderen Seite die Zeilenenden so flattern, also jedes Mal anders sind. Und Flatter Satz ist völlig in Ordnung. Generell im Satz, aber auch, und das im Speziellen am Bildschirm. Denn, denkt daran, wir haben es nicht unter Kontrolle. Wir wissen nicht genau, was da steht, häufig. Wir wissen teilweise auch nicht, welche Schriftart gewählt wird, wenn wir zum Beispiel verschiedene Systeme als Ziel haben und jeweils die eigene Systemschriftart verwendet wird. Also, vorsichtig sein damit. In dem Zusammenhang noch interessant sind Zeilenabstände, denn auch da werden häufig Fehler gemacht. Und der häufigste Fehler ist, dass die Zeilenabstände zu klein gewählt werden. Dann entsteht der Effekt, den wir hier in dem kleinen grauen Kasten auf der rechten Seite sehen. Da hat man so den Eindruck, dass die Buchstaben aus den verschiedenen Zeilen schon ineinander ragen. Das tun sie faktisch hier gar nicht. Aber es ist zu nah aneinander und es ist dadurch schwer zu lesen und man findet auch die nächste Zeile nicht richtig, weil die Zeilen sich voneinander gar nicht richtig absetzen. Wenn ich hingegen einen zu großen Zeilenabstand wähle, dann passiert der Effekt, dass ich das nicht mehr als zusammenhängenden Text wahrnehme, sondern wirklich als einzelne Zeilen dann sehe. Und auch das kann das Lesen erschweren. Zeilenabstand sollte man also meistens so lassen, wie er ist. Der übliche Zeilenabstand ist ein Faktor von 1,2. Und wir sehen hier auf der Darstellung, was der Zeilenabstand eigentlich ist. Also von Grundlinie zu Grundlinie ist der Zeilenabstand. Und was bedeutet da 1,2? Das 1,2-Fache der Schrifthöhe ist gemeint, also der Kegelhöhe. Und das, was dann dazwischen ist, das nennt man in der Drucktechnik einen Durchschuss. Der Begriff ergibt durchaus viel Sinn. Wenn man sich das mal überlegt im klassischen Bleisatz, ich schiebe in eine Zeile die ganzen Buchstaben rein und dann tue ich einfach ein Stück Blei dazwischen. Das schieße ich da durch und dann kommt die nächste Zeile. Und das macht diesen zusätzlichen Abstand. Ein Zeilenabstand von 1,2 der Schrifthöhe ist normal. Wenn ihr jetzt irgendwo was davon hört, dass ihr 1,5-fachen Zeilenabstand verwenden sollt, dann meint das was anderes. Denn dann ist das 1,5-Fache des Normalen gemeint. Also 1,5 mal 1,2. Oder 2 mal 1,2, wenn man doppelten Zeilenabstand verwenden soll. Diese Technik des doppelten Zeilenabstandes, wo also quasi immer eine Zeile dazwischen frei ist, oder eine halbe Zeile bei 1,5-fachem Zeilenabstand, ist eine Technik, die aus der Schreibmaschinenzeit übrig geblieben ist. Aus einer Zeit, als man zwischen den Zeilen korrigiert hat. Als man Manuskripttexte hatte und konnte dann dazwischen was schreiben, um Anpassungen da reinzuschreiben. Das ist eine Technik, die auch heute noch im Verlagswesen verbreitet ist, die aber, sagen wir mal, bei uns eigentlich wenig zu suchen hat. Und über die mich immer ein bisschen wundert, dass sie so häufig als Regel gesetzt wird für Ausarbeitungen in der Universität oder in der Schule. Denn wirklichen Zweck hat das an dieser Stelle gar nicht mehr. Aber es ist so und wir werden wahrscheinlich die Gewohnheit auch nicht so schnell loswerden. So viel an dieser Stelle hierzu. Und im letzten Video des Bereichs Typografie geht es dann um die Möglichkeit, Text am Bildschirm auszuzeichnen. Also wie man es hinkriegt, dass bestimmte Textteile herausgehoben sind und vielleicht besondere Aufmerksamkeit erfahren können.